Ich lerne Deutsch. Nummer 15.811 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schön, dich hier zu treffen. Gehen wir heute Abend ins Kino? Schön, dich hier zu treffen. Gehen wir heute Abend ins Kino? Schön, dich hier zu treffen. Gehen wir heute Abend ins Kino? Ich habe einen interessanten Job in einem Café gefunden. Ich mache dort die Buchhaltung. Ich habe einen interessanten Job in einem Café gefunden. Ich habe gerade sechs neue Ordner von meinem Chef bekommen. Ich soll sie bis morgen durcharbeiten. Ich habe gerade sechs neue Ordner von meinem Chef bekommen. Ich soll sie bis morgen durcharbeiten. Ich habe gerade sechs neue Ordner von meinem Chef bekommen. Ich soll sie bis morgen durcharbeiten. Nach dem Studium haben wir einfach unseren Rucksack gepackt, um fremde Länder und Sitten kennenzulernen. Nach dem Studium haben wir einfach unseren Rucksack gepackt, um fremde Länder und Sitten kennenzulernen. Bei schönem Wetter sitze ich auf einer Parkbank und lese ein E-Book. Bei schönem Wetter sitze ich auf einer Parkbank und lese ein E-Book. Als Prokurist bin ich für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien verantwortlich. Als Prokurist bin ich für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien verantwortlich. Der Begriff peinlich beschreibt eine Situation oder Handlung, die unangenehm, beschämend oder unangemessen ist und Gefühle der Verlegenheit oder des Unbehagens hervorruft. Der Begriff peinlich beschreibt eine Situation oder Handlung, die unangenehm, beschämend oder unangemessen ist und Gefühle der Verlegenheit oder des Unbehagens hervorruft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Danke. Ja, danke.